Das ist das erste Mal dieses Ärzte-Album auspacken. Also ein Spielplan. Wie entstehen eure Ideen bei euch? Es gibt da eine ganz tolle Website im Internet, so ideasforfunnypackages.org und da sind wir halt Abonnenten quasi. 30 Jahre lang aus, jetzt auch schon wieder vor der Fensterscheibe. Das war das Gegenteil von aushalten. Hi Jungs, was ist das schönste Fangeschenk, was ihr je bekommen habt? Kann ich ganz deutlich beantworten. Eure Seele. Wir haben massiv Seelen bekommen. Reagenzgläser. Also so eine Seele ist ja gar nicht so groß. Und wir hatten einige Reagenzgläser voll dann. Noch die Frage, was macht ihr mit den ganzen BHs, die auf die Bühne fliegen? Tragen. Tragen, ja. Wir haben einmal einen Vorhang aus BHs gemacht. Jetzt auch, während wir sprechen. Einmal hat eine Crew von uns vor uns aus BHs gemacht. Er zeigt auf seinen Schritt und lacht. Und lacht. Dreckig. Ah Jungs, ich bin kaputt. Kann nicht mehr. Ey Rot, wir brauchen. Wir brauchen. Wir brauchen deine Sicht.